Uuuuh, wie viele Hübschen tragen haben wir hier heute Abend, mein Gott. Ich würde hier gerne für immer bleiben. Und jetzt meine Damen und Herren, unsere nächsten Song ist ein Geschenk für alle Muttern hier heute Abend. Ich hoffe, dass ihr es mag. Das Lied heißt, Mama. Das Lied ist ein Geschenk für alle Muttern.